Yo! Ja moin, du Hohensohn! Mackey, aber ganz schön willkommen zurück zu der Folge. RECFILD! 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 Ja, guck mal. Der ganze Chat schreibt auf, Peter Schmach. Alle. Alle. Haben wir auch gelernt. Das ist YouTube. Jetzt übertreibst du den wieder. Die Bundeskanzlerin hat auch gesagt, Peter Schwach. Ich zeig dir nächste Runde mal, wer schwach ist. Echt? Zeigst du uns ein Bild von deiner Mama? Du bist so geboren. Ja, ich mein körperlich jetzt. Die sieht ja jetzt nicht grad aus wie der Hulk. Die hat immerhin geschafft, Peter zu gebären. In 1 und 2 in der Originalgröße, wie heute. Ich muss ja eine starke Persönlichkeit sein. Dann liegt daran, dass Peter so wie Ritter eingeht. Der ist einfach so rausgeflutscht. Wie war denn eigentlich bei dir, Peter? Der hat die erste Aktion nachdem nur auf die Welt gekommen, ist gekocht, ob du atmest und anschließend wird dir der Helm aufgesetzt. So vorher atmend, hat er geguckt, ob die Haare sitzen. Die hat einfach draußen so ein kleines Paket Kräuterbutter hingelegt. Dann kam er ganz voll alleine. Dann hat er den Tunnel lang gekrochen. Kennt ihr in diesen Zeichentrickfilmen, wo du das Pferd mit so einer Angel locken kannst, indem er da so eine Karotte dran macht? Das haben wir bei Peter mit einer Kräuterbutterpackung gemacht. Boah, das ist gewollt. Kräuterbutter ist lecker. Ja, der schulder hat das. Weiß er jetzt auch kein Problem. Da kann ich mich dann mal anschließen. Komm ran, Peter, den Delta fixe weg. Komm, der ist die Bremse, Peter. Der ist die Bremse, Peter! What the fuck war das, alter? Da steht auch No driving the wrong way. Deswegen, wenn du falschrum fährst, wirst du ultra langsam. Dann fährst du maximal so 15 km h oder so. Ach, sowas gibt es? Das macht halt alles Sinn. Wahnsinn. Hä? Warum hat er mich? Nein, das ist Sinn. Genau in dem Moment hat er mich einfach in die Wagenauswahl geschickt. Wir können ja mal ein paar schlechte Witze, äh, französische Witze bringen. Sowas wie, wie nennen Franzosen Kreisverkehr. Croissant. Ne, Adventskalender. What? Weil da immer Autos brennen. Alle. Wow. Ne, Breakfast nennen die das, ey. Wie viele Gänge hat ein französischer Panzer? Einen, den Rückwärtsgang. Ne. Den kenn ich. Fünf Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang für Paraden. Hey, wie viele Männer benötigt man um Paris zu verteidigen? Keine Ahnung, hat noch nie einer probiert. Laman. Bei Vikings haben die das schon mal probiert. Bei Vikings. Was sind 400.000 erhobene Arme? Die französische Armee. Nicht passender Rücks. Warum hat ein französischer Panzer Rückspiegel? Damit der Pfarrer die Front im Auge behalten kann. Wow. Alter, die sind so bad, man. Okay, warum gibt es in Frankreich so viele Alleen? Weil der Deutsche gar im Schatten marschiert. Das sind nur reichsmichste, Alter. Das sind nur reichsmichste, Alter. Das ist ein fucking HP. Ich bin gleich tot. Ey, neulich wieder in Frankreich angerufen. War mal wieder besetzt. Alter, Jay, geh mal weg da. Aber Deutschland hat mit vielen europäischen Ländern ja schon mal geschützt. Ja, aber Christian, die wichtige Frage ist doch, was lernt der Franzose bei der Ausbildung beim Militär als erstes? In zehn Sprachen zu kapitulieren. Du bist so oberflüssig wie das Rot und Blau in der französischen Flagge. Ich war echt zu dumm zu fahren. Das wäre deine Chance gewesen. Nicht mal aktuell würde Frankreichs Abwehrkräfte aktivieren. Was ist der schnellste Zug der Welt? Der französische Rückzug. Jetzt hoffen wir einfach, dass ich ein bisschen länger lebe. Ey, wie breit ist Frankreich? Disneyland war geil. 25 Panzerstunden. Disneyland ist auch nicht Frankreich, sondern Disneyland ist Disneyland. Bram hat nur die Derben gerade, ey. Wie sieht die französische Kriegsflagge aus? Weiß. Weißer Adler auf weißem Grund. Was ist denn Black Dick hier? Ne, so heißt der nicht. Oh, was der mit seinem dicken Schwengel. Der zogelt sich doch nicht. Ja, so ziemlich. Ich hab aber ein krasses Duell mit dem anderen Doppeldeckertyp. Der ist nämlich genau vor mir. Nein! Ich hab den Feind gezählt. Jo, nice. Alter, ich muss hier aber ganz schnell los. Oh mein Gott. Ah, der hat ja noch richtig Asche. Ganz schnell los. Nein! Dann kam Peter. Du Stück Scheiße. Hier sehen sie das Exemplar des Busjägers. Das sich um den Büschen versteckt, um dann ihren Opfern aufzulauern. Geil. Da sind sie! Opfer! Nein! Nein! Hast du das erwischt? Hat der Peter getrunken? Ja, hat er. Ja, wieder wartet der Bus auf sein Opfer. Da kommt Scheiße. Nein! Wieso immer ich? Weiß ich nicht. Ich liege auch auf dem Kopf. Hui! Oh Mann! Wie eine dicke, fette Schlampe. Äh, Käfer. Was? Was? Ich hab Sepp überhundet. Ja? Ich nenne Sepp ab jetzt Gassi. Gassi war der schlechte Fußballspieler, wa? Ja, genau. Ja, das Shane nenne ich jetzt einfach immer Affe. Das finde ich auch nicht schlecht. Komm, dann fällt die Kacke mal um, ey! Was ist denn das? Ach, Pia, jetzt reg dich doch die Sorge aus. Halt's Maul, Affe! Pia war der Franzosen, wenn man letzter wird, oder? Ja. Nee, da war Kubica. Kubica ist aber der Pole. Ah, der Pole, mein ich ja. Aber Kubica hat die gleiche Frisur wie ich. Wenn du die DNA von mir und Hadi kreuzt, dann hast du Kubica. Plus Unfall dann aber auch noch. Ja, okay, natürlich. Das ist ja dann ein Unfall, ne? Die Behinderung der Hand hat er ja durch, äh, nicht durch seine Donauern. Das ist dann ja ein Unfall, war auch nicht schlecht. Oh shit, wer ist dat denn? Oh shit, wer ist dat denn? Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Alles klar. Oh, Mann! Christian, helf! Lebst du noch auf meinem Leben? Hau mal weiter! Gott! Ich bin tot! Äh, jetzt hast du dich dran getötet? Nein. Oh, warte mal. Ich komm mal neben Bramzen gleich. Oh, danke Jürgen! Ja, Mann! Oh, danke Jürgen! Nein, der ist nach CJ! So nicht, Jay! Ab mit dir nach der unten! Aber Jay erster? Der Jay ist zwischen uns gebraucht! Und wir haben beide einen LKW! Und wenn aber den gesendet wird! Hey! Nee! Nee! Oh Gott! Nee, 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 nee! Oh, wer ist das denn? Oh, scheiße! Brammen! Aua! Aua! Da war ja... 10 von 10 Tagen, ey! Ich hab da so eine Sende rechts in der Tür! Oh, Alter! Da stand einfach mein Name auf deiner Tür drauf! Alter, wie da! Du mich gefickst! Den gönnst du dir, Fjöder! Und den kannst du dir auch noch gönnen, die Limo! Gönn dir meine Limo! Guck mal, wie Jay da am abcruisen ist, Alter! Richtig Tarzan! Herrscher, Herrscher des Dschungels! Buhuhuhuhuhhhu! Einflowing-Style! Richtig mit Kacke werfen, alles Begriff den der meine Limo mit Scheiße! G 않se! Ha! 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 Ja, genau so! Hoffentlich ist die Strecke noch lange entlo- Aua! Ja, Jay! Ist da 로 der? Ja, ich falle die ganze Runde schon so. Aber hier kommt keiner mehr entgegen, oder? Oh, was ist das denn? Nee, ich hab doch nur ein Leben! Nein! Oh Mann! Oh, warte, ich lebe noch. Was? 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 Das war der Über-Bate-Bate! Das war der Über-Bate! Das war der Über-Bate! Das war der Über-Bate! Boah, Christian! Du hast mir 48 Damage gemacht! Ich hab einen gekriegt, ich hatte einen Damage. Du hast mich so als Airbag benutzt für die... Ich hab aber auch viel zu spät die Kurve gesehen, ich dachte, wir fallen uns... Brat-Beder, wo wärst du lang? Ich hab gerade so weggeballert. Ah ja, das ist okay. Aber ich nehm ja gerne den Platz von euch ein. Ohne Spaß für uns. Hat auch gar nix weggesagt. Nee, aber dann hat nicht so viel Damage gemacht, wie der Christian. Oh, Autos! Oh, Sepp, geh mal weg! Oh, dankeschön, Jay, für die kleinen Stupser. Jetzt hab ich noch 18. Verpisst nicht, Alter! Welche Autos durch? Afka! Oh, Bram hat seinen Controller weggeworfen! Ich hab's genau gehört! Oh, scheiße! Ich weiß nicht, ob du schon tot bist jetzt, Bram! Du hast doch 100 HP! Du hast doch 100 HP, Bram! Was ist los? 100 HP... Wie sieht die denn alle? Wie dumm das ist! Ich glaub, ich hab das Schwein in die Box gedrängt! Wie damals? Da hab ich auch das Schwein in die Box gedrängt! Da hab ich in die Box gedrückt! Da hab ich in die Box von Peter! Fick dich! Das war sehr lustig. Was kam dabei raus? Was? Der hat den ganzen Tag gekriegt. Peter! Peter! Ja, ram mich! Peter, volle Olle rein! Ja! Nein, Peter! Das will er nehmen! Ah, da war Sepp! Warte mal! Ja, komm schon! Da liegt der gut, Peter! Da liegt der gut! Da kommt schon der Erste! Peter, sag mal... Sag mal, Bro! Jo! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jetzt ist der voller Alfenstack! Mann, ey! Jetzt aber! Ist der raus? Ja, ja, ja! Oh was! Oh was! Oh shit! Oh! Ja, 19 Leben! Easy! Mal eben! 30 Leben verloren! Ich bin ganz normal da drüber gesprungen! Oh Gott! Alter Bunsen! Ich bin demoliert! Ich bin demoliert! Jetzt sind alle in mich eingefahren! Oh Gott! In dem Looping ist ja Error! Ich auch! Oh Gott! Peter, du hast mich demoliert im Looping! Waaasch! In den Sachen einfach nur runterfallen! Lebt noch einer von uns? Ja klar, ihr 92 AP! Nur Lappen bleiben am Anfang stehen und fahren später los! Nur Lappen gewinnen! Nur Lappen gewinnen! Was ist das denn für eine Aussage? Der war ja auf jeden Fall ein guter Chip da! Nur Lappen gewinnen! Der Bus hat mich halt hart abgedrängt, der Pinko! Da konnte ich halt gar nichts dran machen! Nur Lappen gewinnen! Dann müssen wir uns auf jeden Fall safen! Wenn Jada das nächste Mal irgendetwas kriegen sollte! Diesmal krieg ich dich! Diesmal krieg ich dich! Nope! Nein! Alter! Was ist das denn für eine Rotze hier? Oh mein Gott! Ich fall einfach nur da drunter! Bram, ich glaub jetzt kriegst du mich! Ich lieg hier vielleicht gerade so am Fremden! Ja! Der lieg schon! Choo-choo! Motherfucker! Moment! Ach, Kacke! Nein, nein! Bleib hier! Smitty! Oh, Bram ist umgefallen! Oh shit! Oh, jetzt hier! Der Slide mit dem Bus! Oh mein Gott! Ja, man! Slide mit dem Bus! Easy! Ach du scheiße, ich bin schon wieder umgefallen! Aber scheiße! Oh nein! Oh jetzt muss er so komplett den Ding nochmal fallen! Ja, aber da bin ich schon weg, ey! Ohhhh! Alter, was ist das denn für ein Pussychat da? Hegel 1 quit now, because he was hit again too many! Yes, it's race game 2! Then people wrong way! I don't understand! They have Derbys served, no! What the fuck? Stimmt mit eurem Englisch nicht! Yes! Vor allem ist der Typ doch gerade Bus gefahren! Heck die Sau! Question me yes too! My people always shit! Alter! Ist das schlimm! Oh, Bram! Spürst du schon meinen heißen Finger? Ne, gleich richtig in dein kleines Arschloch! Finetriert! Mann Junge! Oh Scheiße! Nein! In der Herde! Jetzt ist der immer noch vor mir, ey! Und Jay Osef ist jetzt dazwischen! Nee, Jay Osef ist hinter mir! So du Wexer! Ach fuck! Ich hab die nicht gedreht! Fuck it! Alter, meine Kurvengeschwindigkeit ist 0%! Wollt er mich? Nein! 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 Da ist der Jay! Nein! 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 Das kann nicht sein! Als ob! Wieso stehe ich denn hier? Weil ich der lila... Ich bin in der Leitplanke hängen geblieben, weil ich da durchgebackt bin? Ach du bist doch ein Fickspiel! Was... Was soll das? Nee! Nee! Tut nicht! Oh Gott! Ja! Komm! Beschleunigungsduell! Oh nein! Oh! Nein! So jetzt! Jetzt hab ich dich! Das schaffst du nicht! Da kommt einer entgegen! Da kommt einer entgegen! Da kommt einer entgegen! Ja! Ja! Private Staffel! Ja! Ja! Du Wichser! Yes! Yes! Nein! Aber ich komme aufs Träpfchen! Aufs Träpfchen? Ja! Ich bin aufs Träpfchen! Ja! Endlich ist der auch immer auf dem Träpfchen! Sonst kackt der immer in eine Windel! Gucken wir auch meine Damen und Herren? Alter! Kriegen sie! Hallo! Boss! Oh! 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 Alter! Genau! Mann! Oh! Peter! Fähre an Radduelle! Dann hat's dich dann ja wohl erledigt! Oh! Sherlock! Hallo! Oh Gott! Fick dich! Hallo! Was geht? Fuck you Bram! Du geflogen bist du! Alter hat Jay überhaupt eine Runde geschafft! Komm mal beim Ärgern! Mein Finger ist schief! Jetzt habe ich ein Pflaster! Jetzt hat dein Pflaster! Was hat's dir gerade aufgefallen? Aber auch wie ein Starrs! Mein Finger ist schief! Mein lieber Zeigefinger! Der hat hier voll die Beule drin! Ja, das hab ich bei meinem jetzt auch, wo ich mir da reingesemst hab. Meine Finger sind einfach dick. Also ich geb jetzt noch eine Runde, wenn ich da nicht einen vernünftigen Vorsprung sehe, dreh ich mich um und fahrt schon in die Karre. Keine Runde, das war ganz schön viel. Ja, bis zu drei geb ich mir jetzt Zeit. Jay ist auch so ruhig, der konzentriert sich gerade. Ja, ich will halt hier nach vorne fahren. Ja, aber die Sache ist durch, weißt du, komm. BRAMMEN! Ja, gewillt, da seht mir keine Punkte mehr. Die wirst du nicht sehen, weil du halt ein Lappen bist und weit zurück. Bei Bram? Ja? Ich bin Team Bram, glaube ich, nicht Team Jay. Das ist mir, das ist kein Wunder. Da ist ein Blumen, Junge! Mega. So, okay, aber dann geben wir dir ja noch eine Runde. Ja, ich glaube, so drei Runden oder so hätte ich ihn gekriegt. Schade. Ja, Christian fällt echt solide. Das ist richtig typisch. Mann, Christian wäre komplett fehlerfrei. Nächste Kurvenbahn. Was soll ich denn machen? Oh, ja, stimmt. Gute Idee. Haha, scheiße. Das hat mir einfach gar nicht von da hinten. Ne, ne, Bram, ich halte ihn auf! Ich halte ihn auf! No, no, no! Oh, no! Ja, du schießt immer noch zu sehen, Mann. Du schießt immer noch zu sehen, Mann. Dammit! Ich verfolge Jay. Oh Gott, Alter. Ich bekomme gerade fast hier gerade das doch an. No! Jonathan Willian! Deine Uschi fickt Muschi Apel! Jetzt bin ich Zweiter! Nein! So! So! Hurenkind! So! Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, ne? Ich fahr so richtig. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man dem ersten Platz entrrissen wird, weil man dann rückwärts fährt, ne? Ich mein Zweiter. Was bist du? Das ist mir egal. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Wie ne Niederlage. Scheiße fühlt sich das an. Ne, Zweiter. Ganz vorne Treppchen. Sechster! Ne, sonst hättest du dich nicht gerade so aufgeregt. Auf K gestartet und Sechster hier zurück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!